hallo und herzlich willkommen zu einem boss gegner im zweiten akt im ersten durchgang wir schauen uns jetzt an wen wir hier unten befreien müssen und was für einen gegner wir hier vor finden ich bin mit einem marauder unterwegs der ist level 20 und ist nicht geskillt hat dafür aber unique items an ein paar zumindest ich hoffe dass ich es überlebe ich vermute ja eher nicht ich habe hier rechts unten eine aura an mit der ich mehr angriffsstärke bekomme in form von feuer und die kreischende frau da unten die müssen wir befreien ich ziehe mir erst mal hier die kleinen mist gegner raus und jetzt den boss vorher laufe ich zurück und mache ein tor auf damit ich auch wieder zurück komme hin falls ich sterbe was ich wahrscheinlich werde oder fast naja war einfacher als gedacht jetzt kommt sie rausgekochen und freut sich und dann müssen wir hinten noch können ein paar kleine gegner weg schießen abschlachten und holen hier aus der komischen maschine den stein raus jetzt ist sie auch schon in der stadt und dann gehen wir auch hin ging jetzt ziemlich schnell der gegner danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao ciao Vielen Dank.